Dritte auf dem Klosterhof in Mening, also unweit von hier, südlich der Elbe, und eben als Dritte im Grand Prix auf dem Hof Wunkamp. Wir sehen den Don Darwin, 13 Jahre alt, der Urgabalafon Deutsch-Supro, der Urgabalafon Vakant vom Zugrhein- und Pfarrverein Hattingen, grüßen wir Andrea Tippel. Dritte auf dem Klosterhof, der Urgabalafon geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Dritte auf dem Klosterhof, der Urgabalafon geht. Dritte auf dem Klosterhof, der Urgabalafon geht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.